Die Schlange muss immer noch ihren Senf andauernd dazugeben und hier rum was auch immer, Geräusche von sich geben. Und wir gehen hier weiter. Am letzten Mal hatten wir ein paar schöne Gespräche mit unserem Sohn. Was wir denn, falls wir die Mutter nochmal treffen sollten, hier mitteilen wollen? Na du? Du hast mir immer keinen weiteren Auftrag, oder? Ne. Rein theoretisch kann oder darf hier gar nichts sein. Weil ich hier schon alles fertig gemacht habe. Aber jetzt tauchen ab und zu Gegner auf in Arealen, wo sie nichts zu suchen haben. Ähm, hier habe ich sonst nämlich soweit alles gefunden. Ach, toll. Ich bin jetzt bereit. Ja. Ja. Das war's schon. Okay. Ich weiß noch nicht mehr, wo der Typ abhängt. Oh, der war da genau bei den Trollen. Bei den zwei Trollen in der Kammer. Geradeaus und hoffen, dass keiner kommt. Und wir fanden einen Teil seines Tagebuchs. Er bereute, dass er dich getötet hat. Hm. Tut wirklich gut, das zu hören. Wie ist er gestorben? Hat er gekämpft? Wir haben vier Leichen neben ihm gefunden. Sie wurden enthauptet. Vandrids Schwert war stets blank und scharf. Das hat er von mir gelernt. Er ist ein verräterischer Hund, aber dass er Ellen Valhall ist, gibt mir Frieden. Danke. Also ich finde, wir haben was Gutes getan. Der Dieb hat den Frieden nicht verdient, den du ihm gebracht hast. Vielleicht nicht. Fühlt sich trotzdem gut an, Leuten zu helfen. Sogar den Toten. Hm. Ganz wie deine Mutter. Jo, das rüchten wir gleich mal auf. Äh, aus. Mein Gott. Ähm, erhöht Schaden aller Axtwürfe. Moderate Bundestagswürfe auf einen Runensegen bei einem Runenangriff. Ja. Hier. Wusch. Das ist auch nicht schlecht. Wartet mal ganz kurz. Frostschaden. Frostschaden ist eigentlich gut. Können wir noch hier gucken. Das ist da oder das ist da? Einmal das da. Was war das jetzt? Okay. Er hat Schaden aller Axtwürfe um 6. Das sind jetzt zwei lila Kristalle. Und hier habe ich noch einen... Frostschaden, aber das da ist Glück. Machen wir das da noch rein. So. Okay. Das hat zwar 6, aber... Ja. Lassen wir's einfach. Wie gesagt, diese Schatzkarten... ... und Dinger... ... glaube ich nicht, dass ich die... ... durch Glück... äh, finde ich mal 1, 2, aber... ... das wird nicht so einfach. Finde ich jedenfalls. Jetzt können wir noch den nächsten Auftrag uns hier markieren. Ähm... Ja, okay. Nilfheim. Da müssen wir noch die Chiffra finden. Ähm... So, das müssen wir noch machen. Hier war doch auch ein Schatz, das sagt mir hier irgendwas. Ein vergrabener Schatz, klasse! Ewiger Frost, legendär. Unschmelzbares Eis aus den entlegensten Gebieten Heels, dient zur Verbesserung von Knäufen mit Frostschadenseffekten gefundenen Schatzkarten verstecken. Legendär Zauber, erlittener Schaden während eines Ruhnenangriffs verringert, zugefügten Schaden um 15%. Okay. Schatzkarte komplette Historiker. Ich will nur mal kurz gucken. Nur mal kurz gucken. Äh... Das ist egal. Hier. Das da müssen wir noch finden. Das ist... Ich hab keine Ahnung, wo das sein soll. Da... Das ist bestimmt auf dem Berg mit dem Gesicht, wo dieser schwarze Rauch rauskommt. Das ist bei den beiden Ruderern. Ich weiß noch nicht, ob links oder rechts. Mein Schiff. Ich hatte die Hoffnung bereits aufgegeben, aber die gutmütigen Winde von Njord retteten mich. Mein Schatz liegt weit oben versteckt, wo ich ewig mit Njords Ruderer segeln kann. Weit oben. Okay, dann weiß ich, wo es ist. Und das weiß ich nicht, wo es ist. Hm. Hm. Aber das... Das hab ich auch, glaub ich, schon mal gesehen. Also zwei Sachen weiß ich, wo es ist. Stopp. Okay. So, da la la. Holen wir uns die letzten Knochen. Und danach... ...könnten wir... ...den Schatz bei den Ruderern nochmal machen. Ich weiß nicht, was wir hier noch wollen. Ja, wir gehen ja schon. Wir brauchen immer so rumzuzicken. Andererseits... ...können wir was aufwerten? Nein, können wir nicht. Schade. Ähm... Okay. Wobei, warte mal. Ja, lauf doch, Kratos, lauf! So. Ähm... Verkaufen. Verkaufen. So. Ein magischer Stein, der Kratos mit einer großen Menge an Gesundheit wiederbelebt. So. Einfach nur weil. Nö. Dann hätten wir das auch. Und... Einmal abwärts. Ich weiß gar nicht, wo die letzten Knochen sind. Beziehungsweise, ich hab jetzt schon wieder vergessen. Wartet mal ganz kurz. Tut mir leid, mein Gedächtnis ist echt scheiße. Und das da... ...ist da, das da ist da... Und das da... okay. Gut. Entschuldigung. Und weiter geht's. Auf zu den letzten Knochen. Die Schlange macht mich immer noch kirrer. Die soll aufhören, so zu... Wubbeln. Die See der Neuen. Man kann hier wirklich wahnsinnig viel entdecken und sammeln und machen und tun. Gold! Oh Gott. Was ist denn da freigelegt worden? Hier ist ein kaputtes Schiff. Das waren wir noch nicht, oder? Ja, wir sind super angedockt. Ich bin Pro in irgendeinen Docken. Wir machen ein bisschen Krawall, damit man auch weiß, dass wir jetzt hier sind. Von der Seite. Ich leeebe es! Irgendwie was ge- Oh, da ist auch nochmal Gold im Wasser. Hab ich gar nicht gesehen. Müssen wir uns auch schnappen, nachher. Da liegt ein Toter. Da ist ein Rabe. Hallo? Hallo? Ja. Geht's noch? Hinter dir, Bruder! Ähm... Wo ist er denn? Hallo? Sag mir wann! Sag mir mal! So... Du bist aber noch ein Kind und du musst noch gar nicht erwachsen sein. Sollts noch gar nicht erwachsen sein. Sollts von dem ganzen Mist hier eigentlich nix mitbekommen. Jetzt haben wir eine Aufgabe wenigsten erledigt von dem komischen Schiffskapitäns-Gedöns. Hm. Hm, hm, hm. Nein! Nein! Ich will nicht! Du sollst es nicht lesen! Nein! Ich hab's gar nicht gesehen! Gut! Das kommt ins Tagebuch! Nein! Oh Gott, das ist nur sowas! Gott sei Dank! Kapitän Erik! Und dann wurde alles dunkel! Als wir erwachten, waren wir hier gestrandet. Wir haben den Schiffbruch irgendwie überstanden, obwohl ich befürchte, dass das Teil der Strafe der Aßen ist. Jetzt sind wir gezwungen, unsere letzten Tage auf den Klippen zu fristen, umgeben von Heelläufern und Tatzelwürmern. Wir verhungern und gehen einander an die Kehlen. Es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Wird Egyr Verständnis für mich haben? Wird Ran barmherzig sein? Oder werden sie mich verstoßen und den Heell erfrieren lassen? Ich schätze, es ist mir nicht bestimmt, das zu wissen. Es tut mir leid, Kapitän Erik. Kapitän! Äh, Kapitän, ich würde gerne... ... die Steine zerstören, aber... ... ich weiß nicht wie. Das ist gemein. Einmal das. Hm. Warte. Keine Ahnung. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Ich hab's gesehen. Sooo, nicht Kiste! Ohne mich! Oh, wir sind gelootet! Keine Chance gehabt, die Kiste. Gut, wo muss ich hin? Ich seh' doch nix! Ich fühl mich hier ein bisschen wie bei Fluch der Karibik. Da ist was, da ist was! Da ist was! Da kann ich runter... Da ist ein Tor... Da ist Tor... Da kann ich irgendwas drehen... Oder auch nicht! Ham! Noch nicht jedenfalls. Kein Schimmer! Einer... Einerseits möchte ich da auch gar nicht hin. Ach so! Ja gut, warte mal. Ja... Ist gut. Dann drücken wir Kreis. Dann... Setz dich hier fest. Alter, was hab ich mir hier noch... Was ist denn jetzt los? Eigentlich wollte ich... Oh... Mann! Ah... Ich schnall's nicht. So brauche ich das. Oh Gott ey... Wenn ich jetzt hier kämpfen muss, dreh ich durch. Okay... Wenigstens waren sie mal nett. 8 von 18. So... Ich weiß nicht, was da drüben ist, aber... Ich muss das ja machen. Das komme ich hier glaube ich nicht mehr weg. Deswegen geht das auch gut. So... Noch mal drehen... Aber da ganz oben muss ich doch auch... Irgendwie hin. Hm... Warte mal... Okay, kann ich nicht kaputt machen? Wohl, dann ist das nur Dekoration. Schön. Okay, das andere war nur Dekoration. Und was ist jetzt hier? Wo zur Hölle bin ich jetzt? Nein. Tieresfeuerschal. Ein Symbol des Lichts, das alle Welten verbindet. Aber wozu diese seltsamen Runen? Jetzt wo du es sagst. Das ist untypisch. Ja, Level 7. Warte mal. Lass mich runter. Keine Lust. Keine Lust. Keine Lust. Keine Lust. Mach ich nicht. Nein! Nein! Trag mich um. Dankeschön. Nein, mach ich nicht. Level 7. Keine Lust mehr. Keine Lust mehr. Mach ich nicht. Klingt wie so ein bockligiges Kind. Nein, 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 nein. Und dennoch diese blöden Typen. Ich wollte sowieso nur hier hin, weil... Wie komm ich denn hier jetzt wieder weg? Ich komm hier nicht mehr weg, oder? Ich komm hier gar nicht mehr weg? Das ist ein Witz. Oh Gott. Ne, ne, ne. Ruhig. Wir kommen hier weg. Alles gut. So, ich mach das hier mit diesem blöden Aufzuggedöns und dann sehen wir uns da drüben nochmal wieder, weil das dauert. Einfach jetzt sonst zu lange. Das macht mir ja jetzt schon wieder kill. Also, bis gleich. Okay, ich hab's geschafft, hier jetzt mich da rüber zu schwingen. Jetzt gehen wir nochmal ganz auf den Turm. Und dann schauen wir mal weiter. Hier waren wir doch schon mal, oder? Also, ich könnte schwören, dass wir hier schon mal waren. Aha. Noch mehr davon. Gut. Kaleonsfigur. Und ich hab hier sogar was übersehen. Genau, hier haben wir doch den Geist geholfen. Und das kann ich immer noch nicht aufmachen. Aber hier müsste der Schatz sein. Und hier ist auch der Schatz. Okay. Legendär. Vom Blitz durchdrungen. Da komm ich zur Schatzkiste. Da komm ich aber auch weiter. Alter, wie weit geht dann das hier bitte? Was zum Puh? Und hier hinten muss ich auch nochmal langschippern mit dem Boot. Weil da hinten ist nochmal so eine Träne. Und da unten war eigentlich auch noch was. Aber da weiß ich nicht, ob ich dann wieder hochkomme, wenn ich... Doch, da komm ich hoch. Warte mal. Ich weiß nicht, ob da nur ein Tor ist. Oder ob da noch mehr ist, bevor wir da runter springen. So. Ne, das ist nur ein Tor. Okay. Aber wir haben den wenigsten entdeckt. Das heißt, dass wir den jederzeit aktivieren können. Wir können zwar immer nur zu Brock. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal das ganze Ding benutzen können. Aber jetzt hole ich mir erstmal die linke Schatzkiste. Und dann müssen wir den ganzen Weg hier nochmal hochlatschen. Damit wir dann da rechts runter können. Oh Gott. Oh Gott. Also das ist echt Wahnsinn, was die hier alles gemacht haben. So. Einmal hier die Kiste. Es gibt sogar zwei Tränen. Da müssen wir auf jeden Fall nicht rumschippern. Das Gold liegt da drüben auch noch. Wir kriegen eine Frost-Explosion bei jedem erfolgreichen Axtreffer. Das klingt auch echt gut. So, das schmeißen wir auch mal nach unten. Nein. Und ich würde sagen, ich beende den Part. Und werde dann mit dem Schiff erstmal hier rumpaddeln und die ganzen Drehen einsammeln. Dann werde ich nochmal nach oben klettern und werde... Ähm... Wir werden uns wieder treffen, bevor wir dann zur anderen Insel rüberschippern. Ähm... Ja, weil ich denke, das muss man jetzt nicht hier unbedingt gesehen haben. Und das andere, das zeige ich euch dann wieder. Ähm... Über Kommentare und Bewertung. Würde ich mich sehr freuen, wenn es dir gefallen hat. Dann lass doch bitte ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Italität.